Ich musste mit irgendjemandem noch reden, wegen dem Briefschicken, weil es schien. Da. Ja, schwarzes Bild. Hallo? Es ist wirklich zum Mäusermelken. Scheiße. Ja, da habe ich wenigstens plus 1 bekommen. Mit dem Gildenmeister. Jalen. Wo ist Jalen? Das ist zu weit weg. So. Jetzt hoffen wir, dass dieses Dingbad aufgebaut wird, dieses Dorf. Bitte um Vergebung, aber ich kann nicht länger schweigen. Dieser Mann hat einen eigenen Bruder getötet. Ja, ich sage ihm erst ein Scheissmenschenschänder von Bruderschänder. Er soll mal die Fresse halten. Ach komm schon, nicht schon wieder lecken. Also das ist das letzte Mal, dass ich mir Freps aufnehme. Das ist ja mal wirklich grässlich. Ja, beruhigen tust du mich nicht mehr. 10 FPS. Ja, ja. Ich bin Freps, ich kann nicht anständig aufnehmen. Ich bin so scheisse. Ich bin so buggy. Okay. Hat sich beruhigt. Das ist mir kommendlich. Wir könnten hier nach einem Ding suchen, nach einem Valditenlager. Die sind meistens hier beim Wald, beim Fluss. Vielleicht hier bei diesem. Da ist meistens eins. Sonst ist es eben hier in der Halbinsel eins. Weil das schützt einfach uns das Dorf, wenn wir die immer wieder besiegen. Okay, ist hier auch nicht. Wahrscheinlich ist es dort bei diesem Wald. Ja, ja. Sind zwei entflohen. Einfach mal schauen, ob hier irgendwo Banditen sind. Dann ist es meistens in der Nähe. Also hier sind keine Banditen. Ähm, in diesem Wald dort. Ach, wieso ist alles so langsam? Wieso sind wir nur 3.6 schnell? Hm? Wahrscheinlich wegen den Gefangenen. Ja, wegen den Gefangenen. Wir haben wieder zu viele Gefangenen. Okay, cool. Ich bin momentan in Rejadin. Cool, cool. Also da, Map suchen. Ab zuerst das Banditenlager plündern. Das muss hier sein. Banditenlager, ja da. Hehehehe. Easy. Wenn wir eine gute Zweihandwaffe finden, dann unbedingt kaufen, egal wie teuer es ist. So ab 50 ist gut. Vor allem ein Speer, die sind viel schneller als die extra. Vor allem ausgewogen. Also nicht mehr, nicht so lange zum Zurück. Ich denke also nach einem Heep, das sie nicht so lange brauchen, wie die Einsatzspreads sind. Und ja. Und dann mal ein bisschen Geschicklichkeitsstätten. Intelligenz und Charisma brauchen wir momentan nicht so. Aber Stärke ist natürlich am wichtigsten. Wieso seid ihr hier unten? Geht's noch? Ach komm schon. Dreh dich doch um, du bist zu dumm. Jetzt sind hier oben natürlich wieder welche. Au, der hat mich erwischt. So Manni, die Stufe 5 erst. Geht's noch? Ach komm. Helft mir doch. Na lieber sterben. Oh, jetzt ist der Plänkel dann noch tot. Wie viel kommen denn noch? Wie viel kommen denn noch alle tot? Oh mein Gott. Ich sterbe bald. Ach, da drüben seid ihr. Was macht ihr denn dort? Alle zusammen dort und helft mir nie. Wie schlecht seid denn ihr? Ihr seid so scheisse. Unglaublich scheisse. Und jetzt? Da drüben. LOL, was macht denn der dort unten? Oh mein Gott, der Kampf. Alle gehen plötzlich auf mich, weil die anderen natürlich nie da sind. Kopfspalter oder Guillotine von Darius. Ja okay. Da mach ich's halt bei ihm. Pfff. Voll in die Fresse. Ach komm schon. Ich nehm jetzt mal die guten Sachen mit. Die teuren Sachen. Da. 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 Was? Ah, nichts zu blocken. Voll der Bullshit irgendwie. So. Ja. Okay. Das haben wir geschafft. Bin auch nur knapp. Hm. Hm. Ja. Lol, die killen Menschenjäger. Ah, ihr Überzeuger, aber cool. Ihr könnt ja auch mal etwas ohne mich. Seid ihr brav. Überall sind diese blöden Nords wieder. Hm. Dame besuchen. So. Hallo Dame. Ja. Ich bin da. Ne, die Gedichte. Was? Ja toll. War ein falsches Gedicht. Es gerät mich dies zu hören meine Füßen, aber sein muss muss sein. Wer ist der Schurker? Nennt mir seinen Namen. Von solcher Geräte will ich nichts wissen. Es ist Törchfeuch und Boja Walishin ein Duell wegen. Oh. Ich flehe euch an Herr. Vergesst den Namen, der mir gerade herausgerutscht ist. Boja Walishin. So sei es. So sei es, ich werde ihn zu einem Waffengang herausfahren. Okay. Okay, ein bisschen runtergegangen. Ich werde die Männer und die unterstützenden Handlungen nie verstehen. Ich werde es machen. Bei Walishin. Ich kill dich. Wir gehen zuerst zum Marktplatz und verkaufen hier ein paar Sachen. Lol, die sind aber nicht hier teuer. So verkaufen. Der Honi kann mir verkaufen. Steuern einträgen. Waffenstillstand, okay. Wir achtet sie nicht um Pfad fort. Lesalit. Oh mein Gott. Immer Krieg. Die haben immer Krieg miteinander. Ja, ja. Okay, schon wieder ein Stabkampf. Das nervt. Aber es sind ja auch nur Bauern in der Stadt. Was machen Bauern in der Stadt? Ja, wir werfen jetzt Kunst. Ja, es ist ein Stab. Ein Kopf. So, weiter. Okay. Nix. Okay. Waffenstillstand beendet. Okay. Okay. Hoffentlich kommt es nicht im Krieg. Aber die sind ja weit weg eigentlich. Die, die weit weg sind, machen eigentlich nie Krieg miteinander. Ja, also... Ja, jetzt... Okay, ähm... Zur Burg gehen. Ah, der König ist hier. Also, boah, ja, weil ich ihn. Ja, ich habe mich selber gewählt. Jetzt, Aufgabe Rehadin. 1400 bekommen. Okay. Habt ihr Aufgaben? Nein. Das Fragen. Ich hege großen Respekt für euer Geschlecht. Es ist mir ein großer Wunsch, euer Hausherr anzugehören. Ah, muss noch warten. Ich möchte den Aufenthalt verläschen. Burg Yiruma und Tismir. Tismir ist ja unser Dorf. Und Ryuma ist da. Wir werden noch kurz speichern. Falle ich hier.